Karin Roland saß an ihrem Schreibtisch in ihrem Homeoffice und stellte gerade eine Personalüberprüfung für einen neuen Kunden fertig, als das Telefon klingelte. Roland Investigations, Karin Roland am Apparat. Es meldete sich eine Frauenstimme, die Jung klang. Hallo, Frau Roland. Meine Nachbarin, Frau Coppolini, hat mir ihren Namen gegeben. Sie sagte, sie seien die Detektivin, die den Miller-Mord für die Polizei aufgeklärt hat. Ich habe eine seltsame Situation und Frau Coppolini dachte, sie wären die beste Ansprechpartnerin. Können Sie mir zuerst Ihren Namen nennen? Oh, richtig, tut mir leid, ich habe noch nie mit einem Detektiv gesprochen, ich bin nervös. Mein Name ist Nadine Frensch. Nun, Frau Frensch. Was meinen Sie mit seltsamer Situation? Eigentlich sind es zwei Situationen. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns persönlich treffen? Es ist ziemlich persönlich und ich muss Ihnen ein paar Fotos zeigen. Karin überprüfte ihren Kalender noch einmal, bevor sie antwortete. Heute Nachmittag um 2 Uhr habe ich Zeit. Wir können uns im Café um die Ecke treffen. Um diese Zeit ist es dort nie überfüllt und wir werden nicht gestört. Wäre das für Sie in Ordnung? Ja, ich habe den ganzen Tag Zeit. Danke. Karin gab Nadine die Adresse und legte auf. Sie machte sich wieder an den Bericht und dachte nicht weiter an Frau Frensch oder ihre Situationen, bis um halb zwei ihr Bäcker klingelte. Karin betrat das Café fünf Minuten zu früh und bemerkte eine junge rothaarige Frau, die mit erwartungsvollem Gesichtsausdruck an einem Ecktisch saß. Sind Sie Nadine? Die junge Frau stand sofort auf und streckte ihr die Hand entgegen. M.S. Roland? Bitte nennen Sie mich Karin. Haben Sie schon bestellt? Noch nicht. Warten Sie hier und reservieren Sie diesen Tisch. Was möchten Sie? Als Karin zum Tresen ging, bemerkte sie, dass Nadine zappelte. Die junge Frau war geschmackvoll gekleidet, wahrscheinlich von Nordstroms, hatte ihr Haar professionell geschnitten und keine sichtbaren Tätowierungen oder Piercings. Sie war sportlich schlank und dezent geschminkt. Das auffälligste Merkmal waren die tiefrotten Haare. Karin ging mit ihren Kaffees zurück zum Tisch und begann. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Nadine konnte kaum die Worte herausbringen, mit einer Stimme, die kaum mehr als ein Flüstern war, stotterte sie, mein Ehemann möchte die Scheidung. Dann verstummte sie. Karin streckte die Hand über den Tisch aus, um die Hand der jungen Frau zu halten. Erzählen Sie von Anfang an, sie sagten, es gäbe zwei Situationen. Nadine wischte sich mit einer Serviette die Tränen ab und begann dann, eine seltsame Geschichte zu erzählen. Vor sechs Monaten verlor ich meinen Job als Kellnerin, als das Restaurant, in dem ich arbeitete, wegen der Covid-Lockdown schließen musste. Ich war nur eine Woche arbeitslos, als ich einen Anruf von einem Headhunter erhielt, der mir einen Job anbot, der besser bezahlt war als der, den ich im Restaurant hatte, einschließlich des beträchtlichen Trinkgeldes, das ich dort bekam. Leider musste ich drei Tage pro Woche reisen. Ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen und wir waren uns einig, dass das Geld gut war und der Job höchstwahrscheinlich befristet sein würde, bis diese ganze Covid-Sache vorbei war. Ich war in den gesamten westlichen Bundesstaaten unterwegs, hauptsächlich in gehobenen Restaurants, aber auch in einigen Ketten sowie in Tante-Emma-Läden, um zu sehen, wie sie mit den Einschränkungen aufgrund der Krise umgehen. Ich ging ein oder zweimal in jedes Restaurant, bestellte eine Mahlzeit, bewertete ihre Protokolle und den Service und versuchte dann, das Management zu interviewen. Nach jeder Bewertung füllte ich ein Formular aus, das ich per E-Mail an das Büro schickte. Nadine hielt inne, ihre Augen füllten sich mit Tränen, ihre Schultern begannen zu beben. Ich kam am Mittwochabend nach zwei Tagen in Phoenix nach Hause. Mein Mann Peter wartete auf mich. Er gab mir einen Umschlag mit einer Kopie der Scheidungspapiere und drei Fotos. Er sagte, dass mir die Papiere am Montag offiziell zugestellt werden würden. War das unerwartet? Hattet ihr zwei Probleme? Nein. Ich meine, es gab einige Spannungen wegen meiner vielen Reisen. Peter nutzte die Zeit, um sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Er verbrachte mehr Zeit in L.E. im Hauptbüro seiner Firma. Aber wir haben jedes Wochenende zusammen verbracht und alles war in Ordnung, dachte ich. Und dann das hier. Also, was ist passiert? Hat er dir einen Grund genannt? Nadine zog den Umschlag aus ihrer Handtasche und sah sich im Café um, bevor sie drei Fotos aus dem Umschlag zog. Zwei der Fotos zeigten einen Mann und eine Frau in einem Raum, der wie ein Hotelzimmer aussah. Das dritte Foto zeigte Nadine und denselben Mann vor einer geschlossenen Hotelzimmertür, aufgenommen vom gegenüberliegenden Atrium aus. Als Karen sich die einzelnen Fotos ansah, fiel ihr auf, dass die Frau auf jedem Foto leuchtend rote Haare und eine sportliche Figur hatte. Auf keinem der beiden Fotos im Bett war jedoch das Gesicht der Frau zu sehen. Nadine erklärte, das bin nicht ich mit dem Mann. Ich meine, es sieht aus wie ich, aber ich bin es nicht. Das bin ich an der Tür, aber dieser Mann war nie in meinem Zimmer. Karen betrachtete die Fotos erneut. Das Erste, was ihr auffiel, war, dass die beiden Fotos unmöglich ohne Wissen der Abgebildeten aufgenommen worden sein konnten. Diese Frau hat ein kleines Vogeltattoo auf der Schulter. Das ist das Schlimmste, ich habe auch eins. Einen Papagei. Sogar die Ohrringe der Frau sind identisch mit dem Paar, das Peter mir letztes Weihnachten geschenkt hat. Mein Lieblingspaar, das ich trage, wenn ich mich schick mache. Karen musste einfach fragen, und das bist nicht du? Nein, Nadine hatte ihre Stimme etwas erhoben, dann sah sie verlegen aus. Es tut mir leid, natürlich hast du allen Grund, an mir zu zweifeln. Sogar mein Mann hat mir nicht geglaubt, als ich es abgestritten habe. Was ist mit diesem Foto im Flur? Das ist eine weitere seltsame Sache. Am Dienstagmorgen ging ich aus meinem Zimmer, um meinen Tag zu beginnen. Als ich die Tür schloss, hielt mich dieser Mann auf. Er sagte, ich hätte etwas fallen lassen. Auf dem Boden lag ein Stift, ein teurer. Er hob ihn auf, zeigte ihn mir und fragte, ob er mir gehöre. Ich sagte, nein, und er ging mit ihm weg. Ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, bis ich dieses Foto sah, auf dem es so aussieht, als würden wir zusammen aus einem Raum gehen. Karen hatte in den Jahren, in denen sie eine Detektei in New York besaß, viele Scheidungsfälle bearbeitet, und sie musste die nächste Frage stellen. Gibt es einen Grund, warum er man ihnen eine Falle stellen und es so aussehen lassen würde, als hätten sie Ehebruch begangen? Ich habe darüber nachgedacht, aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Peter war völlig am Boden zerstört, als er mir die Fotos zeigte. Er sagte, die Fotos seien ihm von der Frau des Mannes geschickt worden. Nadine holte einen weiteren Zettel heraus und zeigte ihm Karen. Es war ein gedruckter Text. Halten Sie Ihre Frau von meinem Ehemann fern. Peter war den Tränen nahe. Er sagte, er wolle mir eine inoffizielle Kopie der Scheidungspapiere geben, damit ich nicht überrascht wäre, aber vor allem musste er mich fragen, warum ich ihn betrogen habe. In den Papieren, die er mir gab, steht, dass er sich wegen unüberbrückbarer Differenzen von mir scheiden lässt und nur eine hälftige Aufteilung unseres Vermögens verlangt. Wir haben keine Kinder und besitzen kein Haus. Ich kann mir nicht vorstellen, was er davon hätte, mir eine Falle zu stellen. Aber jemand hat sich große Mühe gegeben, dir eine Falle zu stellen. Sieh dir das Foto noch einmal an, ich weiß, dass es schwer ist. Aber siehst du etwas, das bestätigt, dass du nicht auf diesem Foto bist sie genau hin. Nadine zwang sich, ein paar Minuten lang auf beide Fotos zu starren, dann blickte sie auf. Auf dem Nachttisch steht keine Pfefferspraydose. Pfefferspray? Ja, als ich diesen Job annahm und anfing zu reisen, kaufte Peter mir eine Pfefferspraydose und nahm mir das Versprechen ab, sie immer bei mir zu tragen, sogar neben dem Bett. Ich sagte ihm, dass ich dann immer meine Tasche kontrollieren müsste, wenn ich fliege. Er sagte, das sei ihm egal, dass er nicht schlafen könne, wenn ich nicht bei ihm wäre, wenn ich nicht in der Stadt wäre. Die Dose ist nicht da. Nun, es ist eine Kleinigkeit, aber manchmal summieren sich Kleinigkeiten. Sonst nichts? Nein. Sie sagten am Telefon, es gab zwei seltsame Situationen. Was war die zweite? Nadine sah emotional erschöpft aus, holte aber tief Luft und fuhr fort. Nun, ich habe Ihnen von meinem neuen Job erzählt. Ich mache ihn jetzt seit etwas mehr als drei Monaten und dachte, dass alles gut läuft. Gestern Morgen rief ich im Büro an, um mich für die kommende Woche freizustellen. Ich dachte, dass ich mit dem Ende meiner Ehe nicht funktionieren könnte. Frau Sims, die Dame, die im Büro arbeitet, ging nicht ans Telefon und rief mich auch nicht zurück. Gegen elf Uhr morgens ging ich zum Büro, das geschlossen war. Ich bat den Hausmeister, mich hereinzulassen, und als er es tat, war der Raum leer. Keine MS, Sims oder ihr Schreibtisch, keine Stühle, nichts. Warum haben Sie sich vom Hausmeister hereinlassen lassen? Hatten Sie keinen Schlüssel? Nein, ich war nur drei- oder viermal im Büro. Das erste Mal, als ich meine Anmeldeunterlagen ausgefüllt habe und seitdem noch ein paar Mal. Alles, was ich getan habe, habe ich per E-Mail und Telefonanrufe erledigt. Ich weiß, dass es seltsam klingt, aber nichts, was ich getan habe, war illegal oder unethisch. Meine Gehaltsabrechnung wurde alle zwei Wochen per Direktüberweisung auf mein Konto überwiesen. Frau Sims schickte mir meine Aufträge zwei Wochen im Wohaus per E-Mail zusammen mit meinen Reisevorbereitungen. Nach jeder Reise reichte ich meinen Bericht und meine Spießen ein. Meine Erstattungen wurden nie in Frage gestellt. Mir wurde gesagt, dass die gesammelten Informationen zur Entwicklung einer Datenbank mit bewährten Verfahren verwendet werden würden, die das Unternehmen im Falle zukünftiger Pandemien an Restaurantberater verkaufen würde. Wie heißt dieses Unternehmen? Service Industry Consulting, SICK, hier sind die Karten, die Sie mir gegeben haben. Nadine gab Karin eine ihrer Karten. Was ist das für eine Telefonnummer? Wenn jemand diese Nummer anrief, ging Frau Sims ans Telefon oder rief innerhalb von ein oder zwei Stunden zurück. Auch das habe ich nicht hinterfragt, denn ich dachte mir, dass Frau Sims die einzige Person im Büro war und es daher sinnvoll war, dass sie nicht immer ans Telefon ging. Frau Sims sagte mir, dass das Satellitenbüro in Portland neu sei und dass im nächsten Jahr mehr Mitarbeiter von dort aus arbeiten würden. Haben Sie seit gestern E-Mails von Ihnen erhalten? Nein, und auch keine Antworten auf meine E-Mails. Karin machte sich eine halbe Minute lang Notizen, bevor sie eine weitere Frage stellte. War der Headhunter jemand, mit dem Sie Kontakt hatten? Nein, ich hatte nicht einmal an einen Headhunter gedacht. Sie sagten, Sie hätten meinen Namen von einem meiner alten Vorgesetzten erhalten, aber nicht von wem. Sie sagen, Sie war es ein Mann oder eine Frau. Das konnte ich nicht sagen. Und der Name? Die Person, mit der ich gesprochen habe, gab sich als Aaron Smith aus. Der Name des Unternehmens wurde mir nie genannt. Aaron Smith sagte, dass das einstellende Unternehmen alle Kosten übernommen habe und ich Dummerchen war so aufgeregt, dass ich nie nachgehakt habe. Und Ihre einzige Kontaktperson bei SIG war diese Sims? Ja, Dori Sims. Ich glaube, sie ist Engländerin, vielleicht Australierin. Sie hat einen Akzent. Und jede Woche, wenn sie die Stadt verließen, besuchten sie ein paar Restaurants, erstellten ihre Berichte, wurden bezahlt und das war alles? Nichts Ungewöhnliches unterwegs oder zu Hause, bis Mittwoch, als ihr Mann ihnen die Fotos gab und gestern, als sie das Büro leer vorfanden? Ich habe mir seit gestern den Kopf zerbrochen und kann mir nichts vorstellen. Ich komme mir wie ein Idiot vor, weil ich nie nachgeforscht und nie Fragen gestellt habe. Machen Sie sich nicht zu viele Vorwürfe. Wie Sie schon sagten, haben Sie nichts Illegales oder Unethisches getan, Sie brauchten Geld und wurden bezahlt. Ein altes Sprichwort sagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ihr Mann hielt es offensichtlich für in Ordnung, sonst hätte er die Alarmglocken geläutet. Es tut immer noch weh, so ein Trottel zu sein. Würden Sie sich darum kümmern? Das wird Sie etwas Geld kosten. Ich arbeite nicht umsonst. Das Geld, das Peter und ich für den Kauf unseres ersten Hauses gespart haben, liegt auf unserem Konto. Ich würde meine Hälfte lieber dafür ausgeben, um der Sache auf den Grund zu gehen, als mich für den Rest meines Lebens zu fragen. Karin holte einen Vertrag aus ihrer Meppe, die beiden besprachen die Bedingungen und was zu erwarten war, bevor Nadine unterschrieb. Als sie aufstanden, um zu gehen, fiel Karin noch etwas ein. Ihr Mann sagte, dass sie am Montag die Vorladung erhalten werden. Können Sie irgendwo unterkommen, um das zu vermeiden? Ich habe eine Freundin in Vancouver. Sie könnte mich für eine Weile bei sich aufnehmen. Warum? Ich möchte nicht, dass es zu einem Rechtsstreit kommt, bis wir mehr wissen. Wir wissen nicht, warum oder von wem sie hereingelegt wurden. Ich möchte, dass diese Fragen beantwortet werden, bevor wir mit Peter sprechen, und es wird einfacher sein, mit ihm zu sprechen, wenn sie nicht vorgeladen wurden. Allein die Worte, mit Peter sprechen, ließen Nadines Gesicht aufhellen. Gab es noch Hoffnung für ihre Ehe? Danke, Karin. Karin sah zu, wie die junge Frau zur Tür hinaus und die Straße hinunterging. Sie hoffte, dass sie nicht zu weit gegangen war, als sie Nadine diesen Rettungsanker zuwarf. Karins Telefon war während des Treffens auf Stumm gestellt worden. Als sie es überprüfte, sah sie einen verpassten Anruf von ihrem Ehemann Bill und eine Sprachnachricht. Hey Schatz! Heute wieder eine lange Nacht. Hoffentlich die letzte. Wir bestellen uns was und machen uns einen schönen Abend. Ich rufe dich an, wenn es nach neun wird. Ich liebe dich. Die letzten drei Wochen waren stressig. Bill hat diese Position als CFO vor etwas mehr als einem Jahr übernommen und in diesem Jahr lag die Verantwortung für die Erstellung der Jahresendberichte erstmals vollständig bei ihm. Bill prallte mit dem großartigen Team von Buchhaltern, das in seiner Abteilung arbeitete, aber selbst mit diesen vier schlauen Köpfen spürte Bill die Last des Ganzen. Es waren drei Wochen mit langen Nächten und langen Wochenenden, aber dieses Wochenende musste es vorbei sein, denn am nächsten Mittwoch ging der Bericht an seinen Vorstand. Karin schenkte sich ein Glas Wein ein, bevor sie zurück in ihr Heimbüro ging und den Laptop hochfuhr. Anthony war auf einem Date und Bill war bei der Arbeit, da konnte sie sich auch an die Arbeit machen. Sie führte eine schnelle Google-Suche nach Service-Industrie-Consultants durch und erhielt keine Treffer. Sie durchsuchte die Websites der Außenminister aller Bundesdaten nach einem eingetragenen Unternehmen unter diesem Namen ohne Erfolg. Eine Linke den Suche nach Dory Sims, Aaron Smith und Aaron Smith ergab dieselben negativen Ergebnisse. Überall, wo Karin hinsah, stieß sie auf eine Mauer. Überall, bis sie nach Peter French suchte, es kam eine kurze Biografie eines jungen Technikaufsteigers zurück, der als zweiter Entwicklungsleiter bei Hippolyta Enterprises tätig war. Inzwischen war es 8 Uhr abends und sie saß immer noch am Terminal, als ihr Handy mit einer eingehenden SMS piepste. Fertig. In 20 Minuten zu Hause schenk mir bitte ein Bier ein. 20 Minuten später kam Bill ins Haus, gab Karin einen Kuss und eine feste Umarmung und nahm dann zwei Schlucke des Britgeport IPA, das Karin ihm eingeschenkt hatte. Sag mir nochmal, warum ich diesen Job angenommen habe. Weil du ihn liebst, zumindest hast du ihn die anderen 50 Wochen im Jahr geliebt. Bist du wirklich mit dem Jahresabschluss fertig? Ja, Daniel und Larry verbringen morgen mit dem Sortieren und Binden, aber es ist alles erledigt. Ich möchte bis Montagmorgen keinen Buchhaltungsbegriff mehr hören. Bill schaute in Karins Büro, sah das leuchtende Display und all die Notizen, die über ihren Schreibtisch verstreut waren. Woran arbeitest du so spät noch? Setz dich. Verdammt, Bill, du hast dein Bier schon ausgetrunken. Gib mir dein Glas. Karin ging in die Küche, schenkte Bill ein zweites Bier ein und sich selbst ein weiteres Glas Wein. Dann erzählte sie Bill von Nadine Frenchs seltsamem Fall. Bill hörte sich die erste Hälfte an, bevor er unterbrach. Ich dachte, du hättest die Ehe und Untreuefälle hinter dir. Du hättest sie sehen sollen, Bill. Bill lächelte, sie war genau wie seine Frau. Äußerlich hart wie Stahl, innerlich weich wie Pudding, immer bereit, jemandem bei einem Problem zu helfen. Außerdem, warte, bis du den Rest der Geschichte dieses Mädchens hörst. Bill war aufmerksam wie immer. Karin konnte sich auf Bills Meinung verlassen, er besaß einen scharfen, analytischen Verstand und las jeden Monat mindestens zwei Kriminalromane. Bill betrachtete die Fotos und sprang sofort vom Stuhl auf und ging ins Arbeitszimmer. Er kam mit einem dicken Band zurück. Karin sah zu, wie er die Liste der Inhalte durchlas und reichte ihr dann das Buch. Der komplette Sherlock Holmes Bill lächelte, lesen Sie diese Geschichte. Karin verbrachte die nächste halbe Stunde damit, die Geschichte zu lesen. Als sie fertig war, sah sie auf und sah, dass Bill sie anlächelte. Als ich das Foto sah, die roten Haare der Frau, kam mir etwas in den Sinn. Es gibt nicht viel Neues unter der Sonne, wenn es um diese Dinge geht. Ob in der Realität oder in der Fiktion, es wurde alles schon einmal gemacht. Also hat jemand diesen ausgeklügelten Plan entwickelt, um Nadine French aus dem Weg zu räumen? Wer würde so etwas tun? Wer profitiert davon? Der Ehemann? Nicht nach dem, was Nadine gesagt hat. Sie hat mir erzählt, dass der Ehemann am Boden zerstört ist. Er nimmt seine Hälfte und zieht nach L.E., seine Firma hat ihm eine Beförderung in der Hauptgeschäftsstelle angeboten. Jemand dachte, es wäre die Zeit und das beträchtliche Geld wert, die beiden zu trennen. Das musste das Ziel sein, genau wie in der Geschichte endete der Job erst, als der gewünschte Effekt erzielt wurde, in diesem Fall, als Herr French seiner Frau sagte, dass sie getrennt seien. Das brachte Karin auf eine Idee. Sie verbrachte zehn Minuten online, nahm dann ihr Telefon und rief Nadine an. Nadine, entschuldige, dass ich so spät anrufe, aber es ist wichtig. Ich möchte, dass du online gehst und die Fotos der Schauspielerinnen auf einer Webseite durchsuchst. Ich schicke dir gerade den Link per E-Mail. Lass dir Zeit und sag mir Bescheid, wenn du jemanden erkennst. Ruf mich gleich morgen früh an, egal ob du etwas gefunden hast oder nicht. Bill sah zu und hörte zu, als Karins Telefonat endete. So viel dazu, dass ich heute Abend Zeit mit dir verbringe. Kann ich dir etwas bringen? Tut mir leid, Schatz. Schütte den Wein weg und bring mir eine Diät-Cola, okay? Ich muss noch ein paar Dinge erledigen, bevor ich ins Bett gehe. Du bist ein Schatz, danke, dass du mir eine Richtung vorgibst. Noch bevor Bill die Schwelle übertrat, durchsuchte Karin die Webseite der Schauspielergewerkschaft von Phoenix. Bill ging ins Bett, er hatte Karin schon früher so erlebt und wusste, dass sie eine lange Nacht vor sich hatte. Karin war immer noch dabei, als Anthony von seinem Date nach Hause kam, es war kurz nach Mitternacht. Sie unterhielten sich ein paar Minuten lang, Anthony fragte sogar, ob seine Mutter Hilfe brauche. Sie verneinte und er ließ sie am Terminal zurück. Um zwei Uhr hatte sie gefunden, wonach sie suchte. Sie buchte einen Flug nach Phoenix für Montag, schaltete alles aus und ging ins Bett. Bill drehte sich um und gab ihr einen Gute-Nacht-Kuss. Am Samstagmorgen um acht Uhr klingelte das Telefon. Karin hatte kaum ein leises Hallo herausgebracht, als Nadine sie unterbrach. Tori Braun Was? Dori Simses Tori Braun Ich habe ihr Foto auf der Webseite der Schauspielergewerkschaft gefunden, die ich für dich überprüfen sollte. Sie ist dort als verfügbar für Theaterstücke, Filme und Fernsehen aufgeführt. Ich habe letzte Nacht durchgearbeitet, bis ich ihr Foto gefunden habe, aber ich habe bis heute Morgen gewartet, um dich anzurufen. Ich hoffe, es ist nicht zu früh. Entschuldigung Das muss dir nicht leidtun. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich habe auch unseren geheimnisvollen Mann gefunden. Er ist ein Schauspieler in Phoenix. Ich fliege am Montag dorthin, um mit Mr. Jason Holland zu sprechen. Was ist los? Warum passiert das? Ich bin noch dabei, das alles zu klären, Nadine. Hab Geduld. Könntest du mir in der Zwischenzeit die Kontaktinformationen deines Mannes geben? Nadine gab Karin Peters Nummer und den Ort, an dem er arbeitete. Sie wusste nicht, wo er die letzten vier Tage übernachtet hatte. Noch etwas, und das ist wichtig, verschweigen Sie mir nichts. Wenn Sie das tun und ich es herausfinde, kündige ich. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie beleidige, aber gibt es Männer oder Frauen in Ihrem Leben, die Ihre Ehe zerstören wollen? Ist Ihre Ehe der einzige Grund dafür, dass Sie keine Beziehung zu ihnen haben? Nadine konnte die Frage nicht verstehen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich möchte, dass du nachdenkst, Nadine. Wartet jemand um die Ecke? Jemand, der glaubt, dass er eine Chance hat, die Scherben aufzusammeln, wenn du und Peter euch scheiden lasst? Die Frage ließ Nadine innehalten, lange genug, um Karin den Eindruck zu vermitteln, dass sie einen Nerv getroffen haben könnte. Sie hatte nicht bemerkt, wie sehr ihre Frage die junge Frau schockierte, die sich fragte, kenne ich jemanden, der so böse ist? Schließlich antwortete Nadine. Nein, mir fällt ehrlich gesagt niemand ein, der so etwas tun würde. Karin war erleichtert, aber auch enttäuscht. Es hätte das Rätsel gelöst, wenn Nadine einen Namen genannt hätte. Das ist gut, Nadine. Tut mir leid, wenn ich dich verärgert habe. Am Montagmorgen stand Karin in der TSA-Schlange und wartete darauf, die neuesten Demütigungen zu erleiden. Als ehemalige Polizistin der New Yorker Polizei verstand sie die Notwendigkeit von Sicherheitsmaßnahmen, aber es war fast 20 Jahre her, dass der 11. September 2001 stattgefunden hatte und die Verantwortlichen hatten nie eine bessere Methode gefunden, um Passagiere zu kontrollieren. Wie oft hat sie schon gesehen, wie ein Beamter eine verwirrte kleine alte Dame abtastete, die vergessen hatte, ihren Lippenstift auf das Förderband zu legen? Als das Flugzeug landete und Karin den Flughafen von Phoenix verließ, um ein Taxi zu nehmen, hatte ihr Kontaktmann in Arizona eine Nachricht hinterlassen, wo sie Jason Holland finden konnte. Er arbeitete als Kellner in einem örtlichen Olivegarden. Karin sorgte dafür, dass die Bedienung sie an einen von Jason's Tischen setzte. Es war spät in der Mittagspause, der Laden lehrte sich. Holland nährte sich Karins Tisch mit seinem breiten Willkommen-Lächeln. Guten Tag! War alles, was über seine Lippen kam, als er das Foto von sich selbst sah, wie er mit der Rothaarigen im Bett auf dem Tisch lag. Was zum Hallo Jason! Ich nehme das Mittagsangebot Suppe und Salat, eine Diät-Cola und die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen, sobald es Ihnen am besten passt. Könnten Sie das bitte wegstecken, bevor es jemand sieht? Warum, Jason? Schämst du dich dafür? Die Dame, die mit dir im Bett sein sollte, deren Ehemann sich wegen dieses Fotos von ihr scheiden lässt, überlegt, es im Internet zu veröffentlichen. Ihr Leben ist bereits ruiniert, warum sollte deins nicht auch ruiniert werden? Ich habe um 2 Uhr Feierabend. Können wir uns gegenüber im Café treffen und darüber reden? Ich esse zu Mittag und warte dort auf dich. Enttäusche mich nicht, indem du nicht auftauchst. Du machst mich sehr wütend und das ist keine gute Sache. Karin sagte diesen letzten Satz mit genug Drohpotenzial in der Stimme, um Jason den deutlichen Eindruck zu vermitteln, dass die Frau keinen Spaß machte. Karin genoss ihr Mittagessen und ging über die Straße. Um 14 Uhr und 3 Minuten saß Jason am Tisch im Freien gegenüber von Karin. Karin verschwendete keine Zeit. Erzählen Sie mir von den Fotos. Das kann ich nicht. Ich habe 4000 Dollar bekommen und eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben. Das ist schade. Sie sitzen zwischen Baum und Borke. Sie müssen sich entscheiden, wen sie verärgern wollen, denjenigen, der sie dafür bezahlt hat, für diese Fotos zu posieren, oder meine Klientin. Sie ist bereit, diese Fotos öffentlich zu posten und sie auf 100.000 Dollar zu verklagen, weil sie einen Betrug begangen haben. Ihr Ehemann lässt sich aufgrund dieser Fotos von ihr scheiden. 100.000 Ich habe keine 100.000 Mit 10 Jahren Erfahrung in der Befragung von Verdächtigen bei der Polizei spürte Karin instinktiv, wann sie den Guten und wann sie den Bösen Bullen spielen musste. Erzählen Sie das dem Richter. Oder erzählen Sie mir, was passiert ist und wer sie bezahlt hat. Ansonsten sollten Sie sich darauf einstellen, dass Ihr Leben den Abfluss hinuntergespült wird. Jason Holland knickte ein wie eine billige, nasse Serviette. Ich wurde über meinen Agenten kontaktiert. Ich traf einen Mann, der mir 4.000 Dollar anbot, um für simulierte Intimfotos zu posieren. Mir wurde gesagt, dass diese für private Zwecke verwendet würden, sie würden nie öffentlich zu sehen sein, und ich sollte einen Vertrag unterschreiben, der seine Garantie für mich und meine Geheimhaltungsvereinbarung enthielt. Ich traf den Mann in der darauffolgenden Woche in einem Hotel, eine Frau war auch da, wir posierten im Bett und simulierten Intimität. Der Mann stand neben dem Bett und machte ein paar Dutzend Aufnahmen. Am nächsten Morgen wartete ich darauf, dass eine ähnlich aussehende Frau ihr Hotelzimmer verließ. Mir wurde gesagt, ich solle den Stift, der vor der Tür lag, aufheben, die Frau fragen, ob der Stift ihr gehörte, und dann weggehen. Derselbe Mann war direkt gegenüber im Atrium, im Zimmer von der vergangenen Nacht, und machte Fotos von der Begegnung. Hatten Sie die Frau an der Tür schon einmal gesehen? Nein Wo ist Ihre Kopie des Vertrags? In meiner Wohnung, eingeschlossen in meinem Schreibtisch. Beschreiben Sie den Mann Ein großer Kerl, vielleicht 1,88 im Groß, um die 30, gemischt 30, glatze, erinnert mich irgendwie an Vin Diesel. Was ist mit Ihrer Bettpartnerin? Süßes Gesicht, braune Augen, rote Haare, die meiner Meinung nach eine Perücke waren, schöner Körper. Haben Sie sie schon einmal gesehen? Bei einem Ihrer Schauspieljobs? Niemals, an so ein Gesicht würde ich mich erinnern. Haben Sie sich nicht gefragt, warum Sie für diesen Auftrag engagiert wurden? Es waren 4.000 Dollar. Um ehrlich zu sein, habe ich angenommen, dass es irgendein Typ war, der einen Beweis dafür brauchte, dass seine Frau ihn betrügt, und ich habe nur den Beweis geliefert. Noch so ein Widerling, dachte Karin, sagte es aber nicht laut. Nehmen wir ein Taxi zu deiner Wohnung, ich will eine Kopie dieses Vertrags. Jason widersprach nicht. Innerhalb einer Stunde war Karin wieder in der Innenstadt. In ihrer Aktentasche befand sich eine Kopie des Vertrags und eine unterschriebene Erklärung von Jason Holland, dass die Frau auf den Fotos nicht die Frau an der Tür des Hotelzimmers war. Der früheste Flug mit einem verfügbaren Sitzplatz zurück nach Portland ging erst um halb zehn. Karin saß an einem Tisch im Freien in einem Straßencafé, trank ein Glas Wein und genoss die trockene Hitze. So ganz anders als das Frühlingswetter in Portland. Sie würde sehen müssen, ob Bill ein paar Tage frei bekommen konnte, damit sie bald ein langes Wochenende hier verbringen konnten. Karin verbrachte die nächsten zwei Stunden damit, ein Treffen mit Peter French für Mittwoch zu vereinbaren. Sie hinterließ eine Nachricht bei Tori Browns Agentin, in der sie andeutete, dass sie möglicherweise einen Schauspieljob für sie hätte und Tori sie anrufen solle. Der schwierigste Anruf war der bei ihrer Clintin, Karin hatte Nadine nicht alle Details des heutigen Treffens mit Jason Holland mitgeteilt. Wenn Bills Theorie stimmte, dass das Ziel dieser Listerin bestand, das Paar zu trennen, und wenn es ein Mann war, der die verdeckte Ermittlung in Arizona durchgeführt hatte, machte es Sinn, dass Nadine das Objekt der Aufmerksamkeit dieses Mannes war. Karin hatte Nadine bereits gefragt, ob sie dachte, dass dies der Fall sein könnte, und Nadine verneinte. Lügt sie oder ist sie naiv? Oder vielleicht war die Theorie falsch? Karin war enttäuscht, als sie das Gespräch mit Nadine beendete. Nadine bestritt, einen Howard Stone zu kennen, den Namen auf dem Vertrag, und seine Beschreibung kam ihr nicht bekannt vor. Karin verbrachte eine weitere Stunde damit, auf ihrem Smartphone nach einem Mr. Howard Stone zu suchen. Sie fand einige Hinweise auf Personen mit diesem Namen, aber keiner von ihnen passte auf die Beschreibung des mysteriösen Mannes. Ein kleiner Glücksfall, Tori Braun rief sie zurück und vereinbarte ein Treffen für den nächsten Nachmittag. Es war kurz nach 1 Uhr morgens, als Karin in ihrem eigenen Bett zusammenbrach. Am Dienstagnachmittag traf Karin Tori Braun im Konferenzraum ihres Agenten. Karin und Tori waren allein, der Agent steckte nur den Kopf zur Tür herein, um sie wissen zu lassen, dass er zur Verfügung stand, falls ein Vertrag zu unterzeichnen war. Karin beschloss, dieselbe direkte Herangehensweise zu verwenden, die bei Holland so effektiv funktioniert hatte. M.S. Braun, oder sollte ich sagen M.S. Dori Smith, erzählen sie mir von ihrer Arbeit bei SICK. Tori wurde bei diesen Worten blass. Hey, was soll das? Mir wurde gesagt, wir wären hier, um über eine Rolle in einem Film zu sprechen. Ich habe gelogen. Genau wie sie Nadine French belogen haben. M.S. French ist bereit, sie wegen ihrer Rolle bei der Zerstörung ihrer Ehe zu verklagen. Die Klage wird ihnen Ende der Woche zugestellt. Wir verklagen sie auf 200.000 Dollar für ihre Rolle bei dem Betrug. Bei dieser Zahl wurde Tores Gesicht noch bleicher. Ich kann nicht mit ihnen reden. Ich habe einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben. Dieser Vertrag schützt sie nicht vor rechtlichen Konsequenzen. Sie haben fünf Minuten, bevor ich gehe und den Anwalt von Frau French anrufe. Tori konnte sich immer auf ihre schauspielerischen Fähigkeiten verlassen, um aus Schwierigkeiten herauszukommen. Sie begann zu weinen, ihre Lippen begannen zu zittern, sie beugte sich vor und stützte ihr Gesicht in die Hände, ihre Stimme zitterte. Es tut mir leid, ich brauchte das Geld, nachdem ich bei der Arbeit entlassen wurde. Ich war fast obdachlos, das Geld, das ich erhalten habe, hat mich gerade noch davor bewahrt, meine Wohnung zu verlieren. Tori blickte auf und war überrascht, den harten Ausdruck der Gleichgültigkeit auf Karin Rolands Gesicht zu sehen. Wer ist diese Frau, dachte Tori, die Tränen funktionierten immer. Ich war über zehn Jahre lang Polizistin in New York. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen ich während meiner Streifentätigkeit aus verschiedenen Gründen angehalten habe? Sie sind sehr gut, das muss ich zugeben. Ich habe einmal einen der Kadashians angehalten und ihre Routine hat sie geschlagen. Es ist die bebende Lippe, glaube ich, das ist es, was sie auszeichnet. Sie haben jetzt zwei Minuten Zeit, bevor ich gehe. Tori kauerte sich hin und echte Tränen begannen zu fließen. Fangen wir einfach an. Beschreiben Sie die Person, die sie kontaktiert hat. Tori blickte auf. Es war kein Mann, sondern eine Frau. Karin tat ihr Bestes, um nicht zu zeigen, dass sie überrascht war, dass es eine andere Partei gab, eine Frau. Beschreiben Sie die Frau. Zu diesem Zeitpunkt steckte Tores Agent wieder den Kopf zur Tür herein. Alles in Ordnung hier? Brauchen Sie Kaffee oder etwas anderes? Karin lächelte den Agenten an. Nein, alles in Ordnung. Danke. Tori wandte den Kopf von der Tür ab und der Agent blieb nicht stehen, um die Tränen seines Klienten zu sehen. Fahren Sie fort, was sagten Sie gerade? Mitte 30, würde ich sagen. Schulterlanges brünettes Haar, teurer Schnitt und Farbe. Sie trug teure Kleidung. Eine attraktive Frau, 1,70 m groß, mit niedrigen Absätzen, mittelgroß. Weiß, schwarz oder? Weiß, ein bisschen Sonne. Entweder lebt sie im Süden oder war im Süden im Urlaub, keine Sprühbräune. Welchen Namen hat sie Ihnen genannt? Helen Rhodes. In Ihrem Lebenslauf mit Ihrem Werbefoto steht, dass Sie Akzente sprechen können. Frau French dachte, Sie seien Engländerin oder Australierin. Haben Sie auch die Stimme der Headhunterin Ehrens missimitiert? Ja. Es sollte eine androgyne Stimme sein, um die Verwirrung noch zu verstärken. Nun, es hat funktioniert. Ich habe stundenlang nach einem Personalvermittler mit der männlichen oder weiblichen Version von Ehren gesucht. Wie jeder Schauspieler lächelte Tori nur halb, als sie Karins Kompliment hörte. Wie viel haben Sie dafür bekommen und was sollten Sie tun? Ich habe Nadine French am ersten Tag in einem Büro getroffen, damit sie einige Papiere unterschreibt und die Zahlung direkt auf ihr Bankkonto einrichtet. Ich ging nur noch zweimal in dieses Büro, wenn ich erwartete, dass Nadine vorbeikommen würde. Alles, was sie einreichte, erfolgte über das Internet oder per E-Mail. In den seltenen Fällen, in denen sie anrief oder ein Restaurant anrief, um Nadines Referenzen zu überprüfen, antwortete ich auf einem von Rhodes bereitgestellten Telefon. Ich antwortete mit meinem SIC-englischen Akzent. Hat Helen Rhodes den Geheimhaltungsvertrag unterzeichnet? Ja. Sind Sie jemals einem großen Mann begegnet, etwa 1,88 im Groß, kahlköpfig, gemischt, rassig? Nein, nur Rhodes. Können Sie mir sagen, worum es dabei ging? Rhodes kam am Mittwochabend bei meiner Wohnung vorbei, sagte, der Job sei erledigt, nahm das Telefon und den Schlüssel für das Büro, gab mir 2000 in bar und erinnerte mich an die Geheimhaltungsvereinbarung. Das war das Letzte, was sie zu mir sagte. Wie viel hat sie ihnen insgesamt gezahlt? 4.500 Karen erzählte Tori, dass der gesamte Betrug darauf abzielte, Nadine aus der Stadt zu locken, damit sie schließlich mit einem anderen Mann im Bett fotografiert werden konnte. Die Fotos waren gefälscht, aber gut genug, dass Nadines Ehemann plante, sich von ihr scheiden zu lassen. Das ist kaltblütig. Ich sag dir was, wenn du versprichst, niemandem zu sagen, woher du es hast, wie würde dir ein Foto von Helen Rhodes gefallen? Du hast ein Foto? Ja, es war alles so seltsam, dass meine Mitbewohnerin im Café auf der anderen Straßenseite saß, als ich mich zum zweiten Mal mit Rhodes traf. Sie konnte mit ihrem Handy ein Foto machen. Es ist nicht toll, aber besser als nichts. Ich habe es auf meinem Handy. Tori zeigte ihr das Foto. Können Sie es mir schicken? Zehn Minuten später verließ Karin das Büro des Maklers mit einem unscharfen Foto von Helen Rhodes, das aus der Entfernung von Torres Mitbewohnerin aufgenommen worden war. Sie hatte ein weiteres Puzzleteil, wusste aber immer noch nicht, wo die Teile hinpassten. Karin rief Peter French an. Mr. French, ich weiß, dass Sie einem Treffen morgen zugestimmt haben, aber ich denke, Sie würden sich angesichts der Informationen, die ich Ihnen mitteilen möchte, vielleicht lieber heute mit mir treffen. Peter stimmte einem Treffen mit Karin in der Kneipe um die Ecke des Hotels für Langzeit auf Enthalte zu, in dem er wohnte, seit er die Wohnung verlassen hatte, die er einst mit Nadine geteilt hatte. Peter French saß in einer Nische im hinteren Teil der Bar und trank ein großes dunkles Bier. Karin hielt die Bardame an und bat sie, ein Glas Merlot an den Tisch zu bringen. Peter stand auf, sobald Karin mit ausgestreckter Hand auf den Tisch zukam. Als sie sich die Hände schüttelten, war Karin von Peters Körperbau überrascht. Nadine hatte ihr erzählt, dass Peter ein Computerprogrammierer sei. Der Mann, der vor ihr stand, hatte den Körper eines Football-Spielers und das Gesicht eines Filmstars. Nachdem die Vorstellung abgeschlossen war, kam Peter direkt zur Sache. Sie sagten am Telefon, dass sie von meiner Frau beauftragt wurden und Beweise dafür haben, dass sie nicht die Person auf den Fotos ist. Das ist der einzige Grund, warum ich mich mit ihnen getroffen habe. Mein Anwalt hat mir gesagt, dass sie nicht zu Hause war und ihr nichts zugestellt wurde. Stimmen Sie zu, mir zu sagen, wo sie ist, wenn Sie mir nichts sagen können, dass dies Nadines Unschuld beweist. Ja, aber dazu wird es nicht kommen, ich komme gleich zur Sache. Hier ist eine unterschriebene Erklärung des Mannes auf den Fotos, sein Name ist Jason Holland. Herr Holland ist Schauspieler und wurde angeheuert, um mit einer Frau zu posieren, die sie glauben lassen sollte, dass es ihre Frau war, die mit ihm im Bett lag. Peter unterbrach ihn. Das ist schwer zu glauben. Karin wartete, bis die Bardame ihr den Wein brachte. Peter winkte ab, als sie auf sein halbleeres Glas zeigte. Als die Bardame gegangen war, holte Karin die Fotos heraus. Schauen Sie sich die Fotos genau an. Sehen Sie, dass auf diesen beiden Fotos Nadines Gesicht nicht zu sehen ist? Sehen Sie sich auch den Winkel des Fotos an. Glauben Sie, dass jemand diese Fotos gemacht haben könnte, ohne dass Nadine bemerkt hat, dass eine dritte Person mit einer Kamera im Raum war? Sehen Sie sich jetzt das letzte Foto an, das an der Tür. Zwischen dem Mann und Nadine herrscht keine Intimität. Dieses Foto wurde vom anderen Ende des Atriums aus aufgenommen. Holland hat gerade einen Stift aufgehoben, der vor der Tür ihrer Frau lag. Holland fragt ihre Frau, ob der Stift ihr gehört. Der Fotograf macht das Foto und Nadine sieht den Mann nie wieder, bis sie ihr diese Fotos geben. Peter blätterte weiter durch die drei Fotos und versuchte, alles zu verarbeiten, was Karin ihm erzählte. Ich habe eine von Jason Holland unterzeichnete Erklärung, die bestätigt, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Noch etwas, Nadines Job war ein Vorwand, um sie regelmäßig aus der Stadt zu bringen. Wer würde so etwas tun? Vielleicht kannst du mir das sagen, Nadine kann es nicht erklären. Ich gebe zu, ich dachte, es wäre jemand, der Nadine nach eurer Scheidung nachstellen wollte, aber ich habe meine Zweifel. Kennst du diese Frau? Nadine zeigte Peter das unscharfe Foto auf ihrem Handy. Peter betrachtete das Foto wortlos und fiel dann in sich zusammen und starrte ins Leere. Ich bin so ein Idiot. Wie konnte ich nur so dumm sein? Der Ausdruck auf Peters Gesicht wäre lustig gewesen, wenn die Situation nicht so ernst gewesen wäre. Karin wartete geduldig auf Peters Erklärung. Das ist meine Chefin, Greta Hesse, die Gründerin und Geschäftsführerin von Hippolyta. Das ist verrückt, aber jetzt ergibt es einen Sinn. Sie hat kleine Hinweise fallen lassen, wie reisende Ehepartner unterwegs in Versuchung geraten können, wie selbst die Stärksten in den Verdacht, wenn nicht gar den offenen Betrug, selten überleben. Ich habe Greta am Dienstagabend angerufen und ihr gesagt, dass ich eine Auszeit brauche, dass sie recht hatte, dass Nadine mich betrogen hat und dass es aus ist. Greta bot mir an, meinen Umzug ins Homeoffice in L.I. zu bezahlen. Ich fand ihr Flirten immer etwas übertrieben, fast schon Belästigung, aber sie wusste, dass ich meiner Frau treu ergeben war. Also hat sie das alles nur inszeniert, weil sie Gefühle für dich hat? Ja, unglaublich, oder? Vor etwas mehr als einem Jahr auf der Firmenweihnachtsfeier war Greta etwas betrunken, was für sie sehr untypisch ist. Sie sagte ein paar Dinge zu mir über Nadine, dass sie nicht in meiner Liga sei, diese kleine Kellnerin, wie sie es ausdrückte. Ich ignorierte die Kommentare und zwei Wochen später, als ich ins Homeoffice ging, entschuldigte sich Greta. Ich sagte Greta, wenn jemand nicht in der Liga eines anderen sei, dann sei ich es, dass ich in meiner Ehe glücklich und der Glückliche sei. Moment, kennen Sie einen Mann, etwa 1,88 im Groß, gemischt 30, ein Typ wie Vin Diesel? Klingt nach André Hillmann, Gretas persönlichem Bodyguard. Er ist der Fotograf. Er hat Holland unten in Phoenix angeheuert und die Fotos hier gemacht. Die beiden saßen eine Minute lang still da, tranken und dachten nach. Woher wusste ihr Chef von dem Papageien-Tattoo und den besonderen Ohrringen? Wahrscheinlich von der Weihnachtsfeier. Dort war ein Fotograf. Nadine trug ein rückenfreies Kleid und verdeckte das Tattoo nicht. Sie trug wahrscheinlich diese Ohrringe auf der Party, das sind ihre Lieblingsohrringe, wenn wir ausgehen. Peter starrte Karin in die Augen. Ich habe wirklich Mist gebaut. Glaubst du, Nadine wird mir jemals vergeben? Warum rufst du sie nicht an und fängst damit an? Selbst Nadine sagte, dass sie gedacht hätte, sie wäre mit dem Kerl im Bett gewesen, wenn sie es nicht besser gewusst hätte. Sie haben an alles gedacht, die Haare, das Tattoo, die Ohrringe. Dein Chef hat mit den unvermeidlichen Bedenken gespielt, wenn Ehepartner verreisen. Ihr beide wurdet von jemandem manipuliert, der bereit war, alles zu tun und auszugeben, um euch misstrauisch zu machen. Peter und Karin verbrachten eine weitere halbe Stunde damit, zu besprechen, was er wegen des Verrats seines Chefs unternehmen würde, und entwickelten einen Plan. Peter wählte Gretas persönliche Nummer. Der Anruf konnte in keinem Gerichtsverfahren verwendet werden, aber er würde Gretas Beteiligung bestätigen. Greta war erfreut zu sehen, dass es Peters Nummer war, die auf ihrem Telefon angezeigt wurde. Hallo, Peter. Greta, sprich langsam, aber ich habe es gerade herausgefunden. Du hast Nadine bei der Arbeit unterstützt, sie aus der Stadt geschickt und ihr die Möglichkeit gegeben, mich zu betrügen, bis sie schließlich mit einem anderen Mann zusammen war. Greta konnte ihr Glück kaum fassen. Peter glaubte immer noch, dass es Nadine auf den Fotos war, aber sie war noch nicht bereit, ihre Rolle in dem Plan zuzugeben. Peter, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Bitte, Greta, wenn wir eine Zukunft haben wollen, musst du mir die Wahrheit sagen. Wir können keine Beziehung beginnen, wenn wir sie mit einer Lüge beginnen. Sag mir, warum du es getan hast. Weil ich, du großer Dussel, total in dich verliebt bin. Wie kann es sein, dass du das nicht weißt? Aber natürlich, weil du ein typischer ahnungsloser Mann bist, wenn es um Liebe geht. Deshalb wusstest du auch nicht, dass deine Frau dich betrügt, bis ich dir den Beweis dafür geliefert habe. Und jetzt komm gefälligst hierher, wo du hingehörst. Peter hatte genug gehört und musste das Gespräch beenden, bevor er die Beherrschung verlor. Es wird eine Weile dauern, bis ich alles geregelt habe. Halte noch ein paar Wochen durch. Okay. Ich werde warten, Peter, aber nicht lange. Ich habe schon zu lange gewartet. Ich liebe dich. Peter legte auf. Meine Güte, die Frau ist völlig wahnhaft. Jetzt ruf Nadine an. Karin stand auf, um zu gehen. Ich kümmere mich um den Rest, wie wir es vereinbart haben. Kümmer du dich um Nadine. Sie hielt an, um die Bardame für die Getränke zu bezahlen und konnte nicht anders, als Peter zu belauschen. Hallo Schatz, es tut mir leid, mehr als du dir vorstellen kannst. Kann ich nach Hause kommen? Ich vermisse dich und ich liebe dich. Karin ging zu ihrem Auto und dachte, dass dieser Job manchmal in Ordnung ist. Sie buchte über die App auf ihrem Handy einen Flug nach L.E. Als Karin zur Tür hereinkam, fand sie Bill und Anthony in der Küche vor, die gemeinsam das Abendessen zubereiteten. Karin küßte Anthony auf die Wange und Bill auf die Lippen, Bill legte seinen Arm um Karins Talie und drückte sie besitzergräufend an sich. Karin blickte Bill in die Augen. Habe ich dir jemals gesagt, wie sehr ich dich liebe? Ungefähr 10.000 Mal oder öfter. Warum, was habe ich jetzt getan? Ist das Abendessen fertig? Ich kann es dir sagen, während wir essen. Ich gehe mich waschen. Wein? Wir essen heute Abend Spaghetti. Ja, bitte. Ich bin gleich wieder da. Beim Abendessen erzählte Karin Bill und Anthony von dem verrückten Fall und wie Bills Hinweis auf Sherlock Holmes ihr geholfen hat, trotz einiger Umwege in die richtige Richtung zu steuern. Sowohl Bill als auch Anthony waren fasziniert. Nach dem Abendessen rief Karin Nadine an. Nadine konnte nicht aufhören, Karin für all ihre Hilfe zu danken, sie und Peter waren bereits zu Hause und versöhnten sich. Ich kann ihn nicht dazu bringen, dass er aufhört, sich zu entschuldigen. Karin erzählte Nadine, worauf sich Peter und sie im Pub geeinigt hatten. Was auch immer Peter entscheidet, war für Nadine in Ordnung, obwohl ein Teil von ihr wollte, dass Greta Hesse zumindest eine Weile lang leiden sollte. Aber ich weiß, dass wir dann nicht mit unserem Leben weitermachen können. Peter hat ein Unternehmen aus Seattle vertröstet, das versucht hat, ihn anzuwerben. Er wird jetzt diesen Job annehmen und wir werden in den Norden ziehen. Ich denke, es ist das Beste, Nadine. Aber es ist deine Entscheidung. Ich werde dich und Peter anrufen, nachdem ich mich mit Frau Hesse getroffen habe. Nadine dankte ihr, wünschte ihr viel Glück und überließ es wieder Peter, es wieder gut zu machen. Karin nahm ein Taxi vom Flughafen zum Hippolyter Hauptsitz. Der Aufzug brachte sie in die Chefetage, wo Karin von der Empfangsdame aufgehalten wurde. Karin überreichte der jungen Dame einen Umschlag mit der Aufschrift »Persönlich und vertraulich« und sagte ihr, dass Frau Hesse sehr daran interessiert wäre, den Inhalt des Umschlags zu sehen. Die Empfangsdame reichte den Umschlag an die Assistentin von Frau Hesse weiter, die zum Telefon griff. Die Bürotür neben Hesses Büro öffnete sich und ein großer, dunkler Mann mit Glatzen nahm den Umschlag von der Assistentin entgegen, bevor er in sein Büro zurückging. Karin saß auf einem Stuhl im Empfangsbereich. Zehn Minuten später kam André Hillmann heraus und bat Karin, ihm in Greta Hesses Büro zu folgen. Greta stand auf, bot Karin aber nicht die Hand. Sie bat Karin, sich zu setzen, und André setzte sich neben sie. »Wie kann ich Ihnen helfen, Frau Roland?« »Ich vertrete Herrn und Frau Frensch.« »Sie möchten diese Angelegenheit privat und außergerichtlich regeln, sind aber auch bereit, die Angelegenheit öffentlich zu verfolgen, wenn Sie das vorziehen. Ist das eine Erpressung?« »Nein, ich denke, Sie werden feststellen, dass die Frens bereit sind, mehr als vernünftig zu sein, vernünftiger als ich es unter den gleichen Umständen wäre.« »Was verlangen Sie?« »Sie verlangen, dass Sie mein Honorar bezahlen, 16.000 Dollar.« Dazu kommen die Anwaltskosten von Peter Frensch für die Scheidungspapiere, das sind 1200 Dollar. Peter Frensch verlangt, dass Sie sein Arbeitsverhältnis mit Hippolyta beenden, ihm die Standardabfindung und eine gute Referenz geben. Er verlangt auch die 900 Dollar, die er für das Hotelzimmer ausgegeben hat, nachdem er seine Frau verlassen hat. Was noch? Dass Sie sich persönlich bei beiden entschuldigen und Sie danach in Ruhe lassen. Ich bitte Sie, weder Jason Holland noch Tori Braun wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen der Geheimhaltungsvereinbarung zu belangen, ich habe keinem von beiden eine Wahl gelassen. Es wäre im besten Interesse aller, wenn die ganze traurige Angelegenheit zu den Akten gelegt würde. Jede Verfolgung dieser Personen würde nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Vorstand oder die Investoren von Hippolyta davonwind bekommen. Ich verstehe nicht. Warum lassen Sie mich so einfach davon kommen? Sie leben Ihr Leben weiter zusammen. Peter verfolgt andere Möglichkeiten, wie es in der Geschäftswelt so schön heißt. Und vor allem tun Sie ihnen leid. Diese Worte trafen Greta härter als ein Fastball ins Kinn. Greta brauchte eine halbe Minute, um sich zu erholen. Ihre Stimme erholte sich kaum. André, könnten Sie mich mit Frau Roland unter vier Augen sprechen lassen? Danke. Karin wartete, bis sich die Tür hinter André geschlossen hatte. Es war eine miese Sache, die sie da gemacht haben, zu versuchen, ein glückliches Paar auseinander zu bringen. Wenn ich es hätte auseinander bringen können, war es nicht so stark, wie Sie dachten, oder? Ich finde das nicht fair. Du hast ein paar ziemlich schmutzige Tricks angewandt. War es Shakespeare, der schrieb, alles ist erlaubt. Ich sehe den Ring an Ihrem Finger, Frau Roland. Sie haben jemanden, zu dem Sie nach Hause gehen können, jemanden, mit dem Sie nachts ihr Bett teilen und neben dem Sie kuscheln können. Karin antwortete nicht, also fuhr Greta fort. Ich hatte in den letzten sieben Jahren Beziehungen zu drei Männern. Zwei waren reich, wie ich, Herren des Universums, wie Tom Wolfe es ausdrückte, beide behandelten unsere Beziehung, als wäre sie eine Fusion, die Romantik war weniger wichtig als die Verbindung zweier Wesen. Der dritte war ein Betrüger und Goldgräber, der mich fast vor den Alltag gebracht hätte. Dann lernte ich Peter French kennen. Ein wunderbarer Mann gut aussehend, selbstsicher, klug alle Eigenschaften des Richtigen. Und das Beste, er hielt sich strikt an sein Ehrversprechen, selbst als ich mit anderen flirtete. In den letzten drei Monaten habe ich mich langsam an Peter herangearbeitet und versucht, sein Vertrauen in Nadines Treue zu untergraben. Letztes Wochenende bin ich nach Portland geflogen, nachdem er mir von den Fotos und der Scheidung erzählt hatte. Ich habe versucht, ihn dazu zu bringen, mit in mein Hotelzimmer zu kommen. Er sagte, er sei noch verheiratet und würde es auch bleiben, bis ihr offiziell die Scheidung zugestellt worden sei. Ist das zu glauben? Ich habe ein 929 Quadratmeter großes Haus am Strand von Malibu, Stadthäuser in Weil und Kauai, ich bin CEO eines milliardenschweren Unternehmens und ich kann nicht mit einer Kellnerin aus Portland konkurrieren. Karen hatte fast Mitleid mit der Frau fast. Es war trotzdem eine miese Sache, eine glückliche Ehe zu zerstören. Ja, das war es, aber das ist mir egal. Sie haben wahrscheinlich ein oder zwei Kinder. Ich wette, es sind tolle Kinder. In ein paar Jahren werden meine Eizellen zu alt sein. Sicher, ich könnte selbst Kinder bekommen, aber verdammt, ich möchte, dass ein Ehemann der Vater meiner Kinder ist. Ich möchte aus meinem Hinterfenster schauen und meinen Kindern zu sehen, wie sie mit ihrem Vater fangen spielen. Karen wusste nicht, was sie darauf erwidern sollte, sie hatte das einen Ehemann, der sie und ihre beiden Kinder liebte. Also ließ sie Greta einfach reden. Stattdessen wechselte Greta das Thema. Sagen Sie mir bitte, ich habe Monate damit verbracht, das alles vorzubereiten, jeden Fehler im Plan zu analysieren und zu korrigieren. Wie haben Sie das in weniger als einer Woche herausgefunden? Karen überlegte, die Frau hängen zu lassen, dachte aber, was soll's, und erzählte es ihr. Sir Arthur Conan Doyle schrieb im 19. Jahrhundert eine Kurzgeschichte mit dem Titel The Red Headed League – Ein Sherlock Holmes Krimi Als mein Mann das Foto von Mrs. French sah, erinnerte es ihn an die Geschichte, in der ein Angestellter ein Scheingeschäft aufbaut, um einen Ladenbesitzer aus dem Weg zu räumen, während ein Komplize einen Tunnel von unter dem Laden zum Banktresor nebenan gräbt. Greta schüttelte den Kopf und sagte nur, Sherlock Holmes. Greta öffnete ihre Schreibtischschublade und holte ein Scheckbuch heraus. Ich stimme allen Bedingungen zu. Auf wen soll ich den Scheck ausstellen? Sie stellte den Scheck aus. Und der Anwalt? Greta stellte einen zweiten Scheck aus, der auf den Namen ausgestellt war, den Karen ihr genannt hatte. Greta stellte einen dritten Scheck aus. Sie sagten, ich schulde Peter 900 für das Hotelzimmer? Karen nickte. Hier, geben Sie ihnen das. Ich fliege später in dieser Woche nach Portland und entschuldige mich persönlich. Aber in der Zwischenzeit können Sie ihnen sagen, dass es mir leid tut. Greta hatte den Scheck auf 900.000 Dollar ausgestellt, zahlbar an Peter und Nadine French. Karen schaute sich den Scheck erstaunt an. Bist du sicher? Hier sind drei Nullen zu viel. Ich will das nicht herunterspielen, ich bin in armen Verhältnissen aufgewachsen, daher weiß ich, dass das viel ist. Aber ich könnte 100 davon ausstellen und hätte immer noch genug, um ein Leben in unverschämtem Luxus zu führen. Weißt du, Peter hat nur bestätigt, warum er der Richtige ist. Er hat mehr Integrität als jeder andere Mann, den ich je gekannt habe. Gretas Augen wurden feucht, es war Zeit zu gehen. Karin wandte sich Greta zu, bevor sie das Büro verließ. Vor ein paar Jahren konnte ich nicht mehr, bestimmte Aspekte des Jobs machten mich verrückt. Ich habe gekündigt, um einen klaren Kopf zu bekommen, das war das Beste, was ich tun konnte. Du fragst mich nicht um Rat, aber ich gebe ihn dir trotzdem. Nimm dir eine Auszeit und bringe dein Privatleben in Ordnung. Nimm dir eine lange Auszeit, du brauchst das Geld nicht und das waren die Handlungen einer verzweifelten Person. Das liegt in der Natur aller Doppler-Persönlichkeiten, sie wollen alles haben. Greta hasste es, Ratschläge zu bekommen und konnte nicht anders, als zu reagieren, als wäre sie gestochen worden. Das sagt sich so leicht, das sagt sich jeder, der alles hat. Karin lachte. Nun, ich hätte gerne mein Bein zurück. Und ging zur Tür hinaus. Greta stand an ihrem Schreibtisch und dachte, was für seltsame Worte. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch, gab Karin Roland in Google ein und mehrere Zeitungsausschnitte erschienen auf dem Bildschirm. Sie las einen Artikel aus der New York Times vom 3. Juli 2007, in dem es um eine Polizeirazzia in einer mutmaßlichen Verbrecherbande ging. Eine der Polizeibeamten, eine Kriminalbeamtin namens Karin Roland, wurde in einem kritischen Zustand aufgeführt, nachdem sie Schussverletzungen an den Beinen erlitten hatte. Ein späterer Artikel bestätigte, dass sich Kriminalbeamtin Roland zwar auf dem Weg der Besserung befand, jedoch ihr rechtes Bein unterhalb des Knies verloren hatte. Ihr linkes Bein konnte gerettet werden, obwohl es schwer beschädigt war. Ich glaub's nicht, sagte Greta laut. Sie ging zur Tür. Leslie rief sie ihrer Verwaltungskraft zu, könnten sie so schnell wie möglich eine Vorstandssitzung ansetzen? Dann will ich hier auf den D Benediktum öffnen. Vielen Dank.